hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen video auf das heutige video freue ich mich selbst schon sehr denn im heutigen video geht es um ein neues variometer das skytrex 2.1 das habe ich mir jetzt in der version mit farnet und flam bestellt und ich möchte es heute mal gemeinsam mit euch auspacken den ersten blick drauf werfen und euch auch einen kleinen überblick über die bedienung die menüstruktur und die flugbildschirme geben ja fangen wir doch gleich mal mit dem auspacken des skytrex 2.1 an geliefert wird es in diesem kleinen weißen karton und wenn wir den öffnen kommt als erstes das mitgelieferte case zum vorschein in dem das vario auch drin ist dann ist dabei ein usb ladestecker wie man ihn vom handy kennt ein usb lade und datenkabel ein selbstklebendes klett zur befestigung des varios am beinhalter oder auf dem cockpit und eine kurzanleitung in der die wichtigsten bedienelemente und funktionen eben beschrieben sind so als nächstes würde ich sagen packen wir doch direkt mal das skytrex aus und schauen es uns mal an also was mir als erstes gleich auffällt ist dass das vario wirklich sehr klein ist deutlich kleiner als das skytrex 2.0 und es hat eine gehäusegröße von etwa neun zentimeter in der breite und siebeneinhalb zentimeter in der höhe hinzu kommt dann hier noch in der ausführung mit farnet und flam die antenne die ist noch mal ungefähr dreieinhalb zentimeter groß ist auch wirklich sehr leicht und die herstellerangabe sind 150 gramm was das vario auch wirklich gut dafür eignet es beim hike und fly zu benutzen hier außen rundherum ist so eine silikon schutzhülle die geht allerdings nicht komplett rundherum sondern hier hinten ist eine aussparung drinne um dann eben dieses klett auf dem vario zu befestigen und hier unten haben wir wie beim skytrex 2.0 eine halteschnur mit der man eben das vario nochmals sichern kann falls es sich vom klett löst und hier oben ist bei der ausführung mit farnet und flam die antenne die ist wie gesagt ungefähr dreieinhalb zentimeter lang und das gleiche vario gibt es ja auch noch mal in der version ohne farnet und flam da ist einfach dann nur diese antenne hier weg so als nächstes würde ich sagen schalten wir das skytrex mal ein hier drüben ist die an aus taste kurz auf ok und dann geht das vario an die bedienung ist eigentlich genau die gleiche wie beim skytrex 2.0 das heißt wir haben hier drüben eine menü taste die gleichzeitig als zurück taste und an als an aus taste fungiert dann haben wir zum navigieren hier eine runde taste und eine hochtaste und hier drüben die ok taste es gibt jetzt neu im skytrex 2.1 fünf flugbildschirme das hier ist die klassische ansicht in der gewisse standardwerte angezeigt werden hier oben der kompass und hier unten kann man sich noch ein paar werte selbst definieren mit einem druck auf ok gelangen wir als nächstes in den thermik assistenten der natürlich nur dann funktioniert wenn ich durch eine thermik durchgeflogen bin was jetzt nicht der fall ist mit noch einem druck auf ok gelangen wir in die karten ansicht in der natürlich keine klassische karte wie bei google maps oder ähnliches angezeigt wird sondern eine luftraumkarte und man kann hier dann mit diesen beiden tasten rein und raus zoomen er hat auch schon ein gps signal scheinbar und zeigt hier den glasberg als nächst gelegenes fluggelände an mit einem weiteren druck auf die ok taste kommen wir als nächstes in die ansicht des farnet radars das heißt hier würde ich wenn weitere farnet nutzer in der nähe wären den ihre geräte sehen und gewisse werte also wie weit die weg sind ob sie steigen oder sinken haben und könnte denen auch nachrichten schicken oder nachrichten hier drauf empfangen mit einem weiteren druck auf die ok taste kommen wir in die xxl ansicht in der man sich ganz einfach drei werte definieren kann und die dann sehr groß angezeigt werden und zum schluss kommen wir zum dreieck assistenten man sieht hier oben schon xc punkte und xc typ und das vario würde hier berechnen wie ich fliegen muss um ein dreieck zu fliegen mit maximal vielen xc punkten das ganze funktioniert natürlich auch nur dann wenn ich schon angefangen habe mit dem vario zu fliegen was jetzt nicht der fall ist mit einem weiteren druck sind wir dann wieder bei der klassischen ansicht und das sind schon mal die fünf flugbildschirme so dann schauen wir uns noch mal kurz das menü an hier drüben haben wir die menü taste und gelangen dann in das hauptmenü und mit dem druck auf ok komme ich dann jeweils in die unter menü was haben wir im hauptmenü wir können hier wechseln zwischen modus fliegen und wandern dementsprechend erscheint hier unten wanderbuch oder flugbuch in dem die strecken dann eben gelockt werden und die man sich dann nachträglich eben anschauen kann hier kann ich einstellen ob die flugaufzeichnung beziehungsweise das logging eben automatisch starten soll oder nicht dann haben wir hier fahren mit benutzereinstellungen steht hier auf automatik dann haben wir als nächstes das flugbuch in dem jetzt noch nichts drin ist da ich damit noch nicht geflogen bin dann haben wir hier die navigationseinstellungen also go to route wettkampf also das navi ist auch wettkampffähig kartenüberflug und eigene wegpunkte definieren unter einstellungen kommt man in die zahlreichen einstellungsmöglichkeiten des sky tracks 2 1 zum einen natürlich das vario selbst da kann ich mir steigt und sinkton ruhe am boden die sensibilität integrationszeit das tonprofil und so weiter definieren dann natürlich die lautstärke des varios die verschiedenen flugbildschirme auf die ich eben schon kurz eingegangen bin da kann ich dann jeweils hier eben definieren welche werte ich angezeigt bekommen möchte dann natürlich die piloten definition also da kann ich einen namen vergeben gewisse fahrenheit einstellungen also ob es an oder aus sein soll ob flamen an oder aus sein soll welcher gerätetyp geflogen wird gleitschirm oder drachen ob mein name veröffentlicht werden soll ob online tracking angeschaltet sein soll und von wem man nachrichten empfangen möchte dann der punkt weiterleitung dann natürlich zeitzone sprache die einheiten die lufträume und den display kontrast dann gibt es im hauptmenü noch den gerätestatus da kann ich mir anschauen wo ich mich gerade befinde also die gps koordinaten die aktuelle höhe den aktuellen luftdruck und den aktuellen akkustand dann natürlich der punkt online update und ganz unten kann ich das gerät ausschalten das kann ich aber auch so machen wie beim einschalten das heißt lange auf den ein ausschalter und kurz auf ok und dann erscheint hier vielen dank dass sie mit skytrex fliegen geht das vario aus ja ich will auch noch mal kurz zeigen was ich mir zu dem vario noch dazu bestellt habe und zwar einmal die neue skytrex komfort beinhalterung die genauso aufgebaut ist wie die alte beinhalterung nur dass jetzt rechteckig ist und nicht mehr oval ganz einfach weil die neuen skytrex varios auch beide rechteckig sind und das skytrex 2.1 das passt hier wirklich ideal drauf und daneben habe ich mir noch mitbestellt eine originale display schutz folie um das display vor kratzern zu schützen ja das soll es zu meinem heutigen video schon gewesen sein ich hoffe ich konnte euch einen kleinen einblick in das skytrex 2.1 geben und ihr werdet sicher jetzt in zahlreichen videos bei mir im einsatz sehen und ich sage erst mal danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal